Der Bohrer ist leer, ich fass es nicht. Das ist, nee, komm, mach die Kamera aus, ich will Feierabend. Was haben wir denn da, wen haben wir denn da wiedergefunden? Ah ja, na sieh mal einer an, frisch und erholt der Bengel. Frisch rasiert, Seiten auf Kontostand, nein Seiten auf Iveco-Fortschritt, macht alles keinen Sinn, ne? Doch, Iveco-Fortschritt trifft es ganz gut. Iveco-Fortschritt. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Vorspruchs-Kanal. Heute bin ich mal wieder nicht verkatert, sondern diesmal ein bisschen fertig noch von der Reise. Gestern 800 Kilometer zurückgepumpt mit dem CL ohne Klimaanlage. Ah, den ML kann man jetzt sogar auch. Ja, endlich darf ich ihn mal im Hintergrund zeigen. Endlich, ich muss nicht mehr unnötige Schnitte machen. Erstmal fülle ich mich mit Koffein und dann voller Elan den Iveco durchschallern. Denn ich habe sehr zu Philips Freude bereits das nächste Projekt in Angriff genommen. Das wird auch hier auf dem Push Bros-Kanal zu sehen sein. Mehr kann ich an der Stelle nicht dazu sagen, aber das beschleunigt natürlich den Iveco-Fortschritt jetzt umso mehr. Zusätzlich habe ich von meinen Eltern einen Zahnriemenwechsel für den Iveco geschenkt bekommen. Das heißt, der Iveco wird jetzt fertig geschallert. Dann kommt er zum Iveco-Händler, kriegt den Zahnriemenwechsel. Und dann geht es eigentlich auch schon auf die erste große Reise mit dem Gefährt. Was Max eigentlich sagen wollte? Er ist voll motiviert, das Projekt jetzt in diesem Video so weit reisefertig zu machen. Du sagst das jetzt so ironisch. Ich bin jetzt wirklich. Ich bin nur echt müde und kriege kaum die Augen auf. Es ist jetzt schon so angefangen, so, yo, heute nicht verkatert, sondern heute andere Gründe, warum wir nicht durchziehen. Deshalb, wir starten direkt rein. Ja, vor allem der hier hat sich voll gelenkt, ne? Hast du gesehen? Durch Feuchtigkeit, dadurch, dass der Iveco drei Wochen hinten stand, hat sich das jetzt halt erst recht verzogen alles. Also der ist viel größer geworden hier. Da muss doch ne Latte hin, sonst wabbelt das doch weiterhin. Dann haben wir das gleich so gemacht. Es ist ein Prozess, es ist ne Reise. Bis zum nächsten Mal. so während ich da draußen dabei bin die bretter zuzusingen für das dach um hier die reihe fertig zu machen hast du auch nicht untätig gesessen passt oder also ich will ja das passt bis zum nächsten mal Diesen Moment will ich festhalten. Max und der Bohrer. Ich packe mich hier die ganze Zeit fast. Guck mal, wie rostig die Schraube ist. Das sehen wir. Immerhin hast du dich nicht im Urlaub verändert. Ich bin ruhig geblieben. Absolut. Du bleibst dir und deiner Linie treu. So ungenau und krumm sie auch sein mag. Das sieht man nachher gar nicht mehr. Ja, wie ihr seht, habe ich schon die Hälfte fertig. Ich habe hier die andere Hälfte gerade zugeschnitten. Und werde die da jetzt genauso wie die andere Hälfte in Nullkommanix reinhauen. Let's go. Max macht auch irgendwas. Wir werden sehen, wie das Ergebnis am Ende aussieht. Hallo. Ja, hier kannst du mal kurz die Kommentiermittel? Ja, natürlich. Du meintest ja von wegen, dass du immer vorbohren musst und so, ne? Guck dir diese Präzision an. Ist das eine Holz... also machst du einfach nur Holz? Ja, warte. Aber jetzt bin ich abgerutscht. Digga, schon wieder abgerutscht. Komm, mach jetzt. Naja. Jetzt guck mal. Junge, Junge, Junge. Hast du deinen Urlaub in der Holzwerkstatt verbracht? Wie hast du das hier gemacht? Ja, da hast du zwei Latten hinter. Oh, ne, gar keine. Ich glaube, ich lass das so. Lass das so wackelig. Ich hasse Stabilität. Dann greile ich die hier noch rein und dann ist gut. Ja, dann ist gut, ne? Dann ist eigentlich auch schon viel Arbeit getan von dir, ne? Ist ja krass. Zwei Bretter. Wusstest du eigentlich, dass das Blechschrauben sind? Echt? Ja. Aber ist ja auch egal. Hat ja den Vorbesitzer auch nicht interessiert. Ich will ja eigentlich weiterarbeiten, aber das ist so faszinierend dir zuzugucken, wie meisterhaft du dieses Ding da ranhut hast. Du, es funktioniert. Ja eben. Das ist das Wichtige. Weißt du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du schnackst immer nur, ich mach. Ich pack die Sachen an, weißt du? Du Macher. Du Macher. Du Macher. Zack. Und die nächste Latte. Das, weil es dahinter nicht hält und durch die Schwingung brechen kann, das wird gekonnt, ignoriert. Wir wissen die Fehler alle schon vorher. Wir ignorieren sie nur einfach. Das ist der Trick. Jetzt mach ich die Kamera aus, komm. Das wird mein Merch. Nicht lang schnacken, anpacken. Ich spare mir sogar mit jedem Durchgang eine Schraube dadurch, dass ich nur zwei Punkten verschraube. Ja, ist ja auch ein Budgetcamp. Hier sehen wir ein wildes Maximiliano, wie er versucht etwas auszumessen. Natürlich hat er sein Werkzeug ganz woanders hingelegt, als da, wo es benötigt wird. Und schneidet präzise das Brett. Präzision ist nicht seine Stärke. Dafür kann er andere Dinge, die wir später weiter erörtern werden. Was sehen wir hier? Wer hat eine Idee? Das funktioniert aus. Alles ist super schnackend. Dieses Brett ist gut, aber ist das auch schön? Ich muss es sehen. Ja. Wie kann man so ein absoluter Five-Head sein? Was vielleicht? Also komplett auf Spannung ist eigentlich auch nie gut in solchen Konstruktionen. Und was plant er jetzt? Nutzt das Messwerkzeug, um so zu tun, als würde er irgendwas abmessen. Ein schräger Strich markiert die Stelle, die nun professionell zersägt werden soll. Der Wirt sucht es nach seinem Werkzeug und hat es anscheinend gefunden. Ich habe jetzt extra daneben gezielt. Und zwar so gezielt. Und dann hat er überhaupt mal geschnitten. Naja, du hast da doch eine Markierung, wo 0 steht. Nee, der erwacht das nicht. So. Deswegen verschneide ich mich auch immer. Waves after waves. Jetzt free talk. Was ist los mit der? Hier doch mal die Stichsäge. Witzball. Die ist nicht eingesteckt. Ich habe keine Zeit jetzt zu laden, ey. Ganzes Hallo Video. Ja, ist gut jetzt. Jetzt, wo ist das Aufladegerät? Dann musst du ja eh die Stichsäge besorgen. Und hättest du nicht deine ganze Verkabelung dahinten hingewickt? Hier ist das Aufladegerät übrigens. Kapi? Kannst du auch kurz ein Verlängerungskabel holen? Der aufgeräumte. Hast du das so schön zusammengelegt, Summer? Was ist denn los mit diesen ganzen Krempeln? Warum scheidet das denn nicht? Jetzt mal ernsthaft. Und das ist komplett schräg. Guck dir das jetzt ernsthaft. Jetzt zoom mal da ran mit deiner Blöden. Ich bin komplett ran gesungen. Das ist komplett schräg. Da sind zehn Wellen drin. Das nennt sich Metallsägeblatt. Und dann labern die ja alle rum, von wegen ich könnte. Na ja, hippie, hippie. Respekt, wer es selber macht. Das ist jetzt die letzte Stelle, die mir hier noch bleibt, wo ich Stehhöhe habe. Ansonsten wird es dank des Saunaumbaus ein bisschen eng überall. Ich bin jetzt gerade dabei, hier noch das Fenster auszuschneiden. Da habe ich mir diese kleinen Dinger hier hingeschnitten und habe hier wunderschön einfach so eine Holzlatte reingesteckt. Hier habe ich zwei Holzlatten reingesteckt. Das Ganze soll dann hier von der langen Latte, die jetzt hier wieder hinkommt, wird das Ganze dann gehalten. Also diese Querträger hier. Ich glaube, man kann sich das ungefähr vorstellen. So, und an den Querträgern befestige ich dann hier noch eine Verteilung. Dann sollte das eigentlich alles ganz schick aussehen, oder? Was sagst du? Aber ich sage da gar nichts mehr zu. Du machst das einfach. Ich glaube einfach an dich, das wird. Und jetzt dokumentiere ich, wie du die letzten Bretter des Tages festschraubst. Wir sehen da hinten schon mal die Wand. Die habe ich gerade gemacht. Das geht eigentlich klar. Wir verstehen uns auch ohne Worte. Und er hat wieder nicht vorgeworden. Aber naja, du musst erst mal die hier festmachen, bevor du die... Nein, die halten sich. Ach so, die halten sich von selbst an. Wie heißt diese Bohrtechnik, die du da anwendest? Ich habe eine Beule auf dem Kopf. Warum noch nicht? Weil ich hier mich reingehauen habe. Jetzt tut die auch noch weh. Ich würde mal sagen, wir machen Feierabend, ne? Dein Ernst? Ja, ich mache das morgen weiter. Du machst das morgen. Wie in den Videos hast du das schon gesagt. Ne, im nächsten Video ist es fertig, versprochen, Freunde. Ja, hier guck. 1956. Jetzt kriegst du jetzt in den nächsten vier Minuten nichts zusammen. Und wir müssen auf die Nachbarn nach. Ich würde sagen, herzlichen Dank fürs Gucken dieses Videos. Es ist nicht so geworden, wie erwartet. Aber was funktioniert schon so wie mein Plan? Ja, es ist viel besser geworden. Bam. Okay, an der Stelle sieht man einfach die perfekte Welle, aber... Was für eine Welle? Siehst du dann im Schnitt? Sieht super aus. Okay. Die haben wir auf dieser Seite nicht. Man sieht es, wo ich den Rahmen gebaut habe. Guckt es euch an. Aber man kann sich schon sehen lassen, das ganze... Riesen-Step nach vorne. Sieht cool aus. Sauna-Optik am Start. Wenn ihr das Video bis zu dieser Stelle geguckt habt, überlegt euch zu abonnieren. Wird uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr an Bord seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.